Der Tiroler ist bekanntlich stur. Ich weiss es nicht. Ob man darauf vertraut, dass wir Südtiroler so ein wunderbares oder besonderes Volk und Land sind, dass wir sagen können, wir wählen keinen Wolf, und es kommt kein Wolf. In Südtirol wird entweder ein Zaun ringsherum aufgestellt oder es werden auf jeden Joch und auf jeden Berg werden 24 Stunden Jäger stationiert und Förster stationiert, die im Wolf schießen. Ich denke auch, was träumen die in der Nacht. Das ist alles gewesen, ja. Dann bist du auch, oder? Ja, bist du auch. Jetzt wird es allein vom Gewächs. Was etwa eine Möglichkeit im gesunden Alpenraum, etwa in Südtirol, von den Raubtieren Abstand zu nehmen, dass man das auszeichnet. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine insgesamte Regulierung brauchen. Ich meine ja, ich schieße sie nur auf, ich ist sicher. Ohne, ohne zu zucken. Auch wenn ich im Waffenpass verlieren. Wenn da Politiker sagen, wir müssen alle Würfe erschießen, wie setzen wir ihn, dass wir alle Würfe erschießen können, dann sage ich, ja, träumst du für Hase Eiswürfel. Ich bin der Grund,